So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Heute ist Dienstag. Ich stehe hier am Bahnhof. Das ist der Bahnhof. Heute habe ich Hannes hierher gebracht. Der ist mit dem Zug nach Hause gefahren. Dann war Raid-Boss-Wechsel mit Boreos. Ich habe bisher noch keinen Boreos-Raid gemacht. Und dann ist was ganz lustiges passiert. Der Tsai wurde heute wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Was ist da denn los? Am Geburtstagswochenende ging es mal richtig heiß her. Er kam am Sonntag ins Krankenhaus. Er ist jetzt am Dienstag wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Und der Hannes, wir haben ihm Sachen gebracht. Der Hannes und ich. Und ich und der Hannes. Und noch einer und ich und der Hannes. Nee, Spaß, nur wir zwei. Hat der Hannes dem Tsai irgendwie die Powerbank mitgegeben. Jetzt war Hannes weg. Der Tsai hatte noch die Powerbank. Der hatte aber irgendwie ein Taxi gekriegt, der ihn dann vom Krankenhaus zum Bahnhof gefahren hat. Und der Taxifahrer meinte, ich kenne den Ramses. Kannst ja mir die Powerbank geben. Ich bin seriös unterwegs. Da kann ich die dem Ramses dann mal vorbeibringen. Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Ob das stimmt. Der Tsai hat mir dann eine Handynummer geschickt. Hat gesagt, hier kannst du dich ja mal melden. Der hat doch heute gefragt, ja wie sieht es aus? Kann ich dir in den Briefkasten reintun? Das ist ein Trick, nur mal an meine Adresse zu kommen. Ich habe gesagt, vielleicht müssen wir eh nochmal in die Stadt. Und jetzt ist es soweit. Boreos Community Raid am Bahnhof, Nähe von den Taxis. Im Park. Jetzt mache ich den Raid. Der meldet sich nämlich gerade nicht. Es stehen aber auch keine Taxis da. Er ist bestimmt unterwegs im Einsatz. Brandlöschen. Ist ja natürlich ein Feuerwehrauto und kein Taxi. Wir wollen jetzt also den Raid machen. Mal gucken, ob der sich meldet bis dahin. Ob das jetzt klappt. Dass ich mich mit dem treffe, gucke wer das ist. Und die Powerbank, die der Tsai ihm gegeben hat, an mich nehmen. Und beim nächsten Mal, wenn ich Hannes sehe, dem Hannes wiedergebe. Das ist der Ziel von diesem Video. Das ist der Ziel, genau. Und der Boreos Community Raid. Und das ist Jonas. Der kriegt jetzt einen dicken, fetten Backenzahn. Deswegen speichelt der die ganze Zeit. Die Suppe kommt da raus. Es sieht richtig genial aus. Jetzt aber auf zum Raid. Guck mal Jonas, da ist Wasser. Los Sandra, wirf ihn rein. Das müssen wir aber noch üben. Also spontan sind die nicht. Ich warte immer noch auf eine Antwort von dem Taxifahrer. Ich habe mir das so gut vorgestellt, dass es jetzt einfach klappt. Weil das sagt er, sobald ich am Bahnhof bin, zack. Und genau, dann bist du einmal am Bahnhof und dann ist er nicht da. So, guckt euch nochmal das Wasser an, damit ihr seht, wie schön das aussieht. Da hat einer hingeschissen. Da drüben ist es aber noch schlimmer. Da hat einer reingekotzt. Moment. Das muss ja Kotze sein. Damit kenne ich mich aus. Vom Wochenende. Da wurde es so viel hier. Das waren wir aber nicht. Außerdem sind das andere Themen. Da will man ja nur wieder ein bisschen für Unterhaltung sorgen. Und schon kriegt jeder alles in den falschen Hals. Lustig. So, jetzt muss ich mein Zeugs aber noch aufbauen. Und hoffen, dass der Typ, der mit dem Taxi fährt, der ist ein Busfahrer. Wer ist bestimmt der NetGhost. Mal gucken, ob der sich noch meldet. Das muss klappen. Sonst kann ich das Video erst hochladen, wenn ich den die Tage irgendwann gefunden habe. Und den Deal abgeschlossen habe. Damit ihr mir die Geschichte glaubt. Wie bei X-Faktor. Kann ja auch sein, ich erzähle nur Geschichten. Und am Ende zeige ich meine eigene Powerbank und sage, es hat geklappt. Nein, das ist real. Das ist RamseTV. So, guckt euch mal diesen Bug an. Da war gerade ein Einer-Ei auf der Arena drauf. Ein rosanes. Gut, ich glaube, ich habe ein bisschen zu spät auf die Aufnahme gedrückt. Es wurde die ganze Zeit aber ein rosanes Einer-Raid-Ei angezeigt. Obwohl es ja Boreos ist. Im Fünfer. Auf dem anderen sah es übrigens normal aus. Hier war es ein rosanes Einer-Ei. Sandra, wir können rein. Falls du mich noch hörst. Ich mache es schon mal auf. Ich kann dich ja da nochmal suchen. So, jetzt schmeißen wir die Leute hier rein, die sich eingetragen haben. Matze Nordland, Seboos, ab ins Tierheim, Henry Nicky. Spontan habe ich auch noch einen Platz frei. Nehme ich noch hier, Bowlingball nehme ich noch mit. Das Ganze habe ich natürlich wieder in der Raid-Gruppe gepostet hier. Da trage ich immer meine Raids ein. Immer mit Bild, mit Arena, mit Koordinaten. Da könnt ihr euch eintragen. Dann kann ich euch einladen, wenn ich vor Ort bin. Das ist richtig cool. Link in der Beschreibung. Und dann habe ich natürlich die Konda-Liste gegen Boreos gepostet im Community-Tab auf YouTube. Der heißt jetzt übrigens nicht mehr Community. Der heißt jetzt Beiträge. Und so sieht das dann aus. Das Ding ist vom Typ Flug. Ihr nehmt also Elektro, Eis oder Gestein. Es gibt nichts, was richtig hart doppelt rein crasht. Also Elektro, Eis, Gestein. 19,11 ist der 100er Wert. 23,89 der 100er Wert mit Wetterbrust. Am besten also nehmt Elektro. Elektro nimmt man so selten. Nehmt Elektro. So, kann natürlich shiny sein. Kann sonst aber gefühlt, glaube ich, nichts. Und ist halt einfach nur so, jetzt wieder mal, um Sonderbonbons zu verdienen. Super Sunny ist drin, das passt. Hier drüben hätte ich eigentlich auch nochmal einladen können. Habe ich hier noch was drauf? Ich mache mal Flex Testzocker Active Gary Ayaka Bestzeit. Noch 30 Sekunden. Gut. Leben noch. Alles klar. Ich muss warten. Ich muss warten. Vielleicht holen wir uns auch noch irgendwas zu essen oder so. Und der Taxifahrer fährt dann einfach uns hinterher. Oder er fährt uns einfach mit dem Taxi nach Hause. Und dann morgen laufe ich hierher und hole mein Auto wieder. Ach, jetzt hat er geschrieben, bin gerade nicht da. Kein Problem, kein Problem. Dann mache ich am Mittwoch eben Raid am Mittwoch. Damit ich den Raid, den ich am Dienstag aufgenommen habe, am Donnerstag rausbringe. Damit ich noch zeigen kann, dass ich erfolgreich vielleicht die Powerbank vom Hannes über Zeiss geheimen Taxifahrer organisiert habe. Also den werde ich da nicht abfilmen. Ich werde nur so oder ich mache mir so. Ich mache mir so. Ich mache mir die Kamera in die Hose rein und mache den Hosenstall auf und laufe auf ihn zu. Nein, ich werde dann. Haja, ich habe schon eh überlegt, wie soll ich es denn machen diese Woche wieder. Am Dienstag musste ich jetzt erst einmal die Ausbeute vom Sonntag-Sea-Day hochladen, weil ich Sonntag gar nicht dazu kam und Montag nichts machen wollte. Am Mittwoch ist Raid am Mittwoch, aber eigentlich müsstest du den Dienstags-Raid hochladen, dann müsstest du Raid am Mittwoch aber wieder am Donnerstag machen. Aber es verschiebt sich alles. Wenn das jetzt nicht passt, heute noch, sodass ich es bis morgen vorbereiten kann. Vielleicht hat er auch morgen früh kurz Zeit oder irgendwas. Mal gucken. Also entweder kommt Raid am Mittwoch am Mittwoch oder Raid am Mittwoch kommt am Donnerstag. Ich weiß nicht, was wichtiger wäre, dass man Raid am Mittwoch am Mittwoch bringt. Oder dass der Community-Raid mit dem aktuellen Raid-Boss so schnell wie möglich hochgeladen wird, dass man alle Infos weiß und alle Konters sieht. Aber dafür braucht man ja eigentlich nur in den Community-Tab reingucken. Da steht ja alles drin. Zack, Shiny ist auch am Start. Perfekt. Der geheime Busfahrer-Trick im Taxi klappt also immer wieder. 18,62 und 18,54. Wie viel hast du? 18,54. 18,42. Aber Jonas will dir was geben. Jonas will mir was geben. Jonas, das ist nicht. Willst du mir das geben? Zeige mal. Jonas, nicht den Müll aufheben. Oder soll der für die Biangas sein? Weil die Biangas immer Deckel sammelt. Ja. Okay, dankeschön. So, wieder ein weiterer Deckel für den Biaschanga. Wollte ich dir am Geburtstag geben. Du warst nicht da. Wenn du da gewesen wärst, hättest du gar nichts gekriegt. Weil ich es eh zu Hause vergessen hätte. Ich habe sogar der Gena hier ihre drei Chrombacher Pfeffi-Dosen vergessen zu Hause. Die ich schon ewig rumliegen habe. Die für sie waren. Und die ich dann einfach vergessen habe. So musst du es machen. Jo, ansonsten war es das, glaube ich, jetzt schon von meiner Seite aus. Wir können es noch ganz kurz bewerten. Zwei Sterne. 1854. Shiny. Erster Rate. Passt doch. Mal gucken also, ob das mit dem Busfahrer, ach, mit dem Taxifahrer noch passt. Dann schneide ich es noch rein. Ansonsten, peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Danke, Fugzi, fürs Vorbeisein. Du süß, ich bin so aufgedreht, weil ich wie ein kleines Kaninchen heute an der Tür gesessen habe. Und habe gescharrt mit den Hinterpfoten. Und jetzt geht die Welt. Eigentlich geht gerade die Welt unter. Es wird gerade richtig dunkel. Wo ist die Sonne jetzt hin? Aber egal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Der Pascha-Plan ging schon mal nicht auf. Weil der ist jetzt ein bisschen außerhalb. Und der hat dann Feierabend. Aber morgen, neuer Tag. Wir werden dranbleiben. Wir haben uns trotzdem natürlich was geholt. Guckt euch doch mal diese köstliche Schinkenpizza an. Das heißt, jeder die Hälfte. Ein Glas Pfefferon dazu. Perfekt. Morgen, neuer Versuch auf den mysteriösen Taxifahrer. Auf der Suche nach Hannes Power Bank. Gleich früh ist er am besten. Mal gucken. Ab 8 soll ich ihn anschreiben. So, es ist Mittwoch früh. Jonas ist gerade in die Kita gekommen. Ich wollte gerade das Community Day Video, Infovideo aufnehmen. Plötzlich schreibt mir, der unbekannte Taxifahrer wäre jetzt in der Nähe. Ist also rausgesteppt, geguckt, gemacht. An der Straße hat er angehalten. Kurbel das Fenster. Und ich dachte, habe ich noch nie gesehen. Wer ist das denn? Aber hat sich jetzt rausgestellt. Ist von einem Musikerkollegen, mit dem ich früher Musik gemacht habe. Deren Schwester der Partner gewesen. Also, das ist bestimmt schon 15 Jahre her oder so. Aber man kennt sich, ne. Er hat mir jetzt hier meine Power, äh, Hannes seine Power Bank wiedergegeben. Das ist die Power Bank, um die es ging. Von Easy, damit ihr es seht, ne. Das ist nicht meine, weil wer mich kennt, weiß, ich habe diese hier von Enka, was man gar nicht lesen kann. Also, man hält es dumm gegen die Sonne. Das ist die Enka Power Bank. Das ist die Easy Power Bank. Und das ist der Adi-Schatz. Was machst du da auf dem Erkorn? Nicht runterhüpfen. Es ist zwar der zweite und nicht der vierte Stock, aber trotzdem. Das waren mal Pupsi's Erdbeeren. Das wird auch nichts mehr, aber die haben wir ja abgeerntet. Zwei Stück waren es und dann war wieder Feierabend. So, dir viel Spaß da unten, Adi-Schatz. Und ich würde sagen, danke an den unbekannten, mysteriösen Taxifahrer. Danke, dass das geklappt hat. Aber der Plan ist eh schon wieder anders, da ich so wenig Raid am Mittwoch-Einsendungen bekommen habe, weil nach dem Go-Fast alle ihre App deinstalliert haben, wird es keinen Raid am Mittwoch geben in der Woche. Ich werde einfach warten, bis die Woche drauf. Werde das trotzdem irgendwie am Donnerstag vielleicht machen, weil am Mittwoch dann, ja, das Sie der Infovideo kommt. Ihr seht es, man muss immer zu umdenken im Kopf. Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und habt ihr schon ein Shiny Boreos? Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt es mir in die Kommentare.